jo was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von watchdogs 2 so es geht weiter für uns wenn papa gerade wüsste wohin er denn muss hier liegen so viele leichen jesus christ 13 war mal ganz kurz wo muss jetzt genau wieder hin das gefühl bin ich gerade wieder falsch äh all right sie nicht hier hey bro bin jetzt beim aufzug oratio er ist weg warte wir versuchen ihn zu finden gut wie hat alf gesagt so schön null probleme ja richtiger player das hier ist eine sackgasse ich komme nur mit horatios code in die server farm hast du ihn gefunden hab sein gps aber er antwortet nicht ich patch dich rein ja die tassenanschläge auf deinem pc sind beweis genug um einzufahren aber ich will dass du es zugibst du glaubst nicht wie gern ich dich sagen hören will dass du es versaut hast hey man ich will hier nicht der böse sein okay okay ich sag's dir ganz ehrlich so unter uns du wirst verknackt für cyberterrorismus das ist unvermeidlich aber wenn du mit uns kooperierst kriegst du vielleicht eine strafminderung also warum redest du nicht mit uns und ersparst uns den ärger na was meinst du kumpel okay schön wie du willst man was zum hab die dinger immer gehasst aber irgendwie süß nein ah was gott ist das nervig da 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 Finger weg ok lass das einfach ok das hört von alleine auf ok vielleicht ... du weißt überhaupt nichts über mich man ... ... wolltest wolltest du gestehen ... Gestehen? Was denn? Hier reden, wenn du auspacken willst. Kann ich hier noch irgendwas hacken? Ich finde sonst hier nichts mehr hackbares. Jetzt, jetzt reicht's. Das ist der reinste Zirkus. Diese IT-Deppen müssen endlich was tun. Ja, ich bin hier im jetzigen Zirkus. Ja, ihr Vögel habt alles im Gebäude. Mit demselben Netz verbunden. Auch das Spielzeug. Könnt ihr abzählen, dass ihr alles verrückt spielt? Okay. Und hier ein heißer Tipp. Nicht entfügt. Welchen Flügel sind Sie? Ich kann es von Anfang an richtig machen. Ja. In der Hand? Ich weiß. 4-3-7-7-8 Warum denn? Er ist immer so ein guter Mitarbeiter gewesen. Quasi der Beste. Okay. Aber hier ist irgendwo Geld. Du hast das drauf, Horatio. Halt einfach durch. Aber sehe ich das falsch? Okay. Was haben wir hier? Ach du großer Gott. Wollte jetzt mal ne Cam. Ne Cam, ne Cam, ne Cam, ne Cam. Da ist was. Was ist hier ne kurz verfluchte Kamera? Da. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Hier ist gar nichts Hackbares. Ich muss jetzt erstmal das Ding öffnen, ehrlich gesagt. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ah, schon wieder außerhalb des Dings. Das ist Mist. Got it. Nein. Ich hasse, wenn du das Nein sagst. Wo denn sonst Ich weiß nicht, was ich schon gehackt habe und was nicht Das ist das nächste Ding Ich weiß auch nicht, in wie vielen Schritten das immer hier geht In dreier Schritten, vierer Hier ist auch nichts zum hacken Fuck, wo kann das Ding sein? Du bist es Shit, der Falsche Fuck you Was ist denn das da vorne? Ist das nicht was ich hacken konnte? Das hilft mir vielleicht ein bisschen weiter No What phone is this? What the fuck? Spielen wir hier gerade? Wer ist das oder was? Hä, wo ist denn das Ding? Boah Leute Ist das euer Ernst? Wo soll das Ding sein? Wo, wo, wo? Du bist du? Du bist es Boah Jesus Christ Was komm ich da irgendwie jetzt rein? So eine Backdoor Wie komm ich da jetzt insgesamt ins Gebäude? Ich hab immer, ich hab immer noch keinen Zugang zu diesem Gebäude insgesamt Ich hab noch keinen Zugang, wie komm ich denn da jetzt rein? Du bist es Du bist es Ist ja wieder irgendwie ein Sicherheitsterminal Hey, wie komm ich jetzt da rein? Ich hab noch keinen Zugang zu sehen Ich hab noch keinen Zugang zu sehen Hä? Ja, wird Zug auf Hecken Ich muss mir jetzt mal irgendwie eine Tür öffnen Öffnen, schließe die Netz... Ah ich muss was tun? Ich hab grad keinen Plan was ich tun soll und wie ich es tun soll. Ich hänge schon wieder mega auf den Schlauch gerade. Hä? Wie soll ich denn da eine Bitdoy jetzt installieren? Ich komm doch nicht mal hier rein. Wie soll ich denn da reinkommen? Wie soll ich denn da reinkommen? Wie soll ich denn da reinkommen? Wir haben hier alles ziemlich gut gesichert. Wie soll ich denn da reinkommen? 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 Und du bist mein Kandidat. Wie soll ich denn da reinkommen? Wie soll ich denn da reinkommen? Wie soll ich denn da reinkommen? Du bist nicht mein Kandidat. Alter, ich muss erstmal hier rein. Klar, komm so. Nudels Daten sind jetzt Death-Sex-Daten. Ich bin raus, aber Horatio sitzt in der Klemmel. Kann einer von euch einem Bruder helfen? Wir haben Zugriff auf jeden Arbeitsplatz bei Nudel. Einschließlich Horatios und den von Brody. Moment, hab gleich alles soweit. Gut, dann lass mal sehen. Okay, erledigt. Mal sehen, wie es Horatio geht. Ich bedauere, dass Sie nicht mit uns kooperieren möchten. Ich rate Ihnen dringend dazu, sich rechtlichen Beistand zu suchen. Ja? Sie haben die Tastenanschläge? Ich verstehe. Vielen Dank. Mr. Carlin, ich muss mich entschuldigen. Offenbar haben wir einen großen Fehler gemacht. Ich... So eine Überraschung. Ich bitte um Verzeihung. Sie können natürlich gehen. Ich bin nur froh, dass sich das geklärt hat. Wow, das ist ein Irrtum. Ich meine eher... Mr. Goodale, nehmen Sie Platz. Sir, ich glaube... Okay, ich... Ich glaube nicht, dass... Hinsetzen! Ja, sit your ass down. So, liebe Leute, ich mache hier mal einen Folge-Break. Ratio, das war heftig. Alles gut? Weg ist besser als gut. Wo bist du gerade? Wir treffen uns vor dem Nudel-Bus. Bis zum nächsten Part von Watch Dogs 2. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Tschüss.